Herzlich Willkommen zu einem neuen Video... ...heute zeige ich Euch wieder mal ein XXL Rezept... ...und zwar backen wir uns heute einen riesigen Oreo Keks... ...dafür als erstes alle Zutaten für den Mürbeteig in eine Rührschüssel geben... ...300 Gramm Mehl, 225 Gramm kalte Butter in kleinen Stücken... ...200 Gramm Puderzucker, 100 Gramm Backkakao, 1 Ei, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 halbes Päckchen Backpulver & eine Prise Salz... ...das Ganze jetzt mit den Händen verkneten ca. 4 bis 5 Minuten... ...& so lange weiterkneten bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben & ein glatter Teig daraus entstanden ist... ...den Teig anschließend einmal mit einem Messer halbieren... ...dann in Frischhaltefolie einwickeln & für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank legen... ...& nach etwa 1 Stunde den Teig zwischen 2 Bögen Backpapier einschlagen... ...mit den Händen etwas flachdrücken & danach mit einem Nudelholz ca. 1 cm dick ausrollen... ...das obere Backpapier abziehen & jetzt einen Tortenring mit 20 Zentimetern Durchmesser hernehmen... ...den Teig damit kreisrund ausstechen... ...den überschüssigen Teig am Rand abnehmen & den Tortenring anschließend wieder entfernen... ...das Ganze für die 2. Teighälfte wiederholen... ...& danach am Rand der beiden Teigkreise im Abstand von ca. ½ Zentimeter mit einem Messer kleine Einkerbungen einritzen... ...als nächstes für die Dekoration den überschüssigen Teig nochmals zusammenkneten... ...& zwischen 2 Bögen Backpapier etwa ½ Zentimeter dick ausrollen... ...& jetzt als erstes 3 – 4 ca. ½ Zentimeter dicke Streifen runterschneiden... ...aus diesen Streifen dann 10 etwa 3 Zentimeter lange & 10 etwa 1,5 Zentimeter lange Stücke schneiden... ...außerdem ein etwa 6 Zentimeter langes Stück für die Dekoration oberhalb des Schriftzuges... ...mit jeweils 2 der kleineren Stücke zusammenlegen... ...& zum Schluss noch einen längeren Streifen für die Umrahmung des Schriftzuges zusammenkleben... ...als nächstes kümmern wir uns um die Buchstaben... ...dafür zunächst ein paar etwa ½ Zentimeter dicke Streifen vom Teig abschneiden... ...aus diesen Streifen kleine Quadrate schneiden... ...& jetzt für die beiden O´s als erstes die Ecken entfernen... ...& dann mit einem Strohhalm die Mitte ausstechen... ...danach für das R unten und an der rechten Seite ein kleines Dreieck herausschneiden... ...oben rechts die Ecke entfernen & mit einem Zahnstocher ein kleines Loch eindrücken... ...danach fehlt nur noch das E... ...dafür mit einem Messer 4 mal einschneiden... ...& mit einem Zahnstocher den überschüssigen Teig entfernen... ...& zum Schluss 5 weitere Quadrate einfach mit einem Messer zweimal diagonal halbieren... ...& danach können wir unseren Oreo Keks dekorieren... ...als erstes den Schriftzug mittig auf dem Keks platzieren... ...& dann die Umrahmung... ...als nächstes die Dekoration oberhalb des Schriftzuges dazulegen... ...& dann im Wechsel 8 große & 8 kleine Stücke am Rand entlang legen... ...& zum Schluss noch die ausgeschnittenen Dreiecke auf dem Keks platzieren... ...& so sieht der fertige Keks dann aus... ...danach müssen wir die beiden Kekse nur noch abbacken... ...& nacheinander im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 25 Minuten... ...die fertigen Kekse dann aus dem Ofen holen... ...& auf einem Gitter komplett auskühlen lassen... ...währenddessen kümmern wir uns um die Cremefüllung... ...dafür 200 Gramm weiche Butter, 25 Milliliter Vanillesirup & 100 Gramm Puderzucker in eine Rührschüssel geben... ...& mit einem Mixer für ca. 1 – 2 Minuten weiß & cremig rühren... ...& wenn das erledigt ist 100 Gramm geschmolzene weiße Schokolade dazugeben... ...& die Schokolade zügig unterrühren & für ca. 2 Minuten weiter mixen... ...bis sich alles zu so einer weißen & cremigen Füllung verbunden hat... ...& die Creme anschließend mittig auf den unteren der beiden Kekse geben... ...gleichmäßig darauf verstreichen & dann den oberen Keks vorsichtig auf der Creme andrücken... ...& danach muss die Creme nur noch etwas aushärten... ...am Besten stellt ihr den Keks dafür 1 – 2 Stunden in den Kühlschrank... ...& so sieht das fertige Ergebnis dann aus... ...hier nochmal ein paar Original Oreo Kekse daneben... ...ich hoffe Euch hat das Video gefallen... ...schreibt mir wie immer in die Kommentare was Ihr als nächstes sehen wollt... ...ich wünsche Euch viel Spass beim Nachmachen & bis zum nächsten mal! ... ... ... ... ... ... ... ...